hallo und herzlich willkommen zu einem neuen orakel hier auf meinem kanal heute das orakel tottenham gegen ajax amsterdam aus der champions league mein typ ist im hinspiel 1 1 ja und dann geht es mal los hier der ersten halbzeit spiele ich mit tottenham und mit der zweiten halbzeit spiele ich dann mit ajax so ihr könnt ihr mal in die kommentare schreiben wie eure tipps sind wie immer also tottenham hat natürlich namenhafte spieler wie son und ericsson und da und wenn haben sie noch ali ups das ist das 1 0 durch ajax lol ok weiter geht's das nervt mich habe ich vergessen auszuschalten der war gar nicht schlecht schade kommt keiner dran aus und einwurf für tottenham ach da kommt keiner dran vermeiden ja jetzt ajax am zug also bei ajax kennt man eigentlich nur die leid und die jongen und was und hundela spiele ich mir dann hier zusammen also das spiel habe ich auch mit julian aufgenommen könnt ihr mal auf seinem kanal schauen unboxing im play da wird auch das spiel kommen basa gegen liverpool bei mir wird das buzzer gegen liverpool als karten kommen morgen spiel ich mir denn hier zusammen ach schade schade na hopp abwehr so ajax ist gar nicht so schlecht also ich würde es gönnen dass sie die champions league gewinnen wer auch dafür ist kann es ja gerne mal in die kommentare schreiben aber ich denke mal die meisten werden für basa oder liverpool oder tottenham klappt nix da klappt nix das gibt es ja nicht das gibt es nicht ein beruf und mein gott ich tue mich echt schwer auch sonn ja erst hat er drum und steht 1 zu 04 ajax mal schauen entweder mal macht jetzt hier noch tottenham der den ausgleich oder ich mache jetzt noch das nächste tor aha so wer mal gegen mich spielen möchte als orakel der kann ich ja gerne mal mal bei mir melden muss natürlich ps4 haben um ps4 ps plus ach also heute tue ich mich erschweren fifa gegen julian hatte ich auch so viele chancen und nix ist reingegangen das seht ihr auch auf seinem kanal so jetzt hundela hundela läuft läuft beinahe das 20 beinahe nur komm schon ran hier leider tue ich hier über obs aufnehmen deswegen bekommt ihr hier kein spiel sound tut mir echt leid aber sonst würdet ihr mein gesicht nicht sehen also meine fatze hier meine frete aber ich denke mal dass der spiel sound ist eigentlich relevant na eckball so ich werde gleich noch mal wechseln keiner hier vorne toll so ich wechsle mal noch mal so wen haben wir denn überhaupt noch also mir sagen die namen fast gar nichts hier aber wir versuchen es mal bei tottenham sagen wir die namen schon eher was okay 11 also so wird es auch so wäre auch mein tipp hier wie okay da ist doch gar keiner junge junge jungen 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 so entweder macht tottenham jetzt noch ein tor oder ich meine 1 keine ahnung also ich spiel mich hier aus gibt es ja nicht aber ein wurf für die komm schon drauf drauf ich verzweifle bald an mir selbst ja wieder springt als wäre er nicht mehr dran gekommen meine frese kommt schon drauf ist hallo es läuft 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 in dem orakel ja ich habe noch nicht mal selbst ein tor gemacht nein nein bleib bitte so in dem bestand okay also im spiel auch 1 1 jo dann würde ich mal sagen bis zum nächsten orakel und ciao kakao so okay